Glück auf Schuss aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren geschmeidigen Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute schauen wir uns einfach nochmal ganz kurz an, was ich denn das letzte Mal im Pack Opening bekommen habe. Ich habe jetzt hier erstmal diese, ja meine Lieblingswaffe, die M8A7 ausgewählt und wir schauen einfach mal, was wir da für Tarnungen haben. Ach Quatsch, was mache ich denn? So, Tarnung, Schwarzmarkt. Ich muss ehrlich sein, ich habe schon mal reingeschaut, deshalb fange ich mal mit einer Tarnung an, die, ja okay, es geht. Also ich finde es jetzt nicht so besonders, der ein oder andere wird vielleicht sagen, boah, sieht geil aus. So, dann haben wir hier Inferno, die finde ich ja mal mega hässlich, ne. So, jetzt Monochrom, das kennt ihr vielleicht schon. Finde ich eigentlich ganz cool, aber Leute, richtig geiler Scheiß kommt jetzt. Schaut euch mal die Tarnung an, Sturm. Oh, Dicker, ich finde ja mal sowas von krass. Richtig, richtig, richtig geiles Teil. Ja, so dunkel, ich mag das ja mit den Blitzen. Das erinnert mich an mein Overlay, das passt, das ist einfach wie die Faust aufs Auge, Leute. Ich, richtig nice, das Teil. Shit, man. Dann hatten wir, glaube ich, noch die, ähm, XR2. Glaube ich, da hat man noch eine geile Tarnung. Was mache ich denn, Dicker? Hier, Tarnung, Schwarzmarkt, was haben wir hier? Kontrast, sieht scheiße aus. Feld, sieht auch scheiße aus. Inferno, sieht genauso scheiße aus. Jetzt haben wir hier Sonnenschein. Ja, okay. Ist jetzt nicht wirklich so besonders. Also gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ja, Dicker, scheiß Waffe. Was, was haben wir denn noch hier? Ähm, ich bin halt vom Level leider noch nicht so hoch. Men und War hat man, glaube ich, noch irgendwie was, ne? Schauen wir direkt mal. Schwarzmarkt, guck mal, da haben wir da noch was. Scheiße aus. Scheiße aus. Ach, du Scheiße, sieht scheiße aus. Sieht auch scheiße aus. Ja, gut. Sieht jetzt auch nicht wirklich episch aus. Ist auch nur selten. Ähm, wir hatten dann noch für, ich nehme jetzt einfach mal hier, blub, 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 blub. Die auch. Oh, die kennen wir ja schon. Lila. Na ja. Sieht auch nicht wirklich toll aus. Und ich hatte dann, glaube ich, für irgendwie so eine komische Sorten, das. Ja, natürlich. Die habe ich natürlich noch nicht freigespielt. Ähm, dann werde ich die euch wahrscheinlich mal in einem anderen Video zeigen. Aber ich wollte einfach dieses Video machen, weil, Leute, schaut euch einfach nochmal die Tarnung an. Ich finde die ja einfach mal mega geil, ne? Die ist ja, alter, da geht mir ja einer ab, ne? Also die finde ich wirklich richtig krass. Für mich bis jetzt die geilste Tarnung, so, die ich jetzt habe, die ich auch so bis jetzt gesehen habe. Ich meine, ich habe noch nicht alle gesehen. Ist logisch, aber die finde ich schon wirklich mega geil. Oh, shit. Wenn ich jetzt noch irgendwie so ein paar geile Sachen bekommen würde, wie zum Beispiel irgendwie legendäre Magazinerweiterung oder Schaft oder sowas, wäre das natürlich richtig fett. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall den Daumen her oben. Ihr kennt das ganze Spiel. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten, Leute, bleibt geschmeidig. Lockerflog ich von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.